Herzlich Willkommen bei Brentenmunddorffs Asthma Physik AstroTV. Galaxien sind Mitglieder von Galaxienhaufen. Hierbei handelt es sich um eine Ansammlung von bis zu mehreren hundert, aber auch tausend Galaxien. Unsere Milchstraße, in dem sie auch unser Sonnensystem befindet, liegt in der lokalen Gruppe. Die lokale Gruppe ist ein Galaxienhaufen mit einem Durchmesser von ungefähr 10 Millionen Lichtjahren, wo auch die Andromeda-Galaxie gehört, der Dreiecksnebel gehört und noch viele andere Zwerggalaxien. Aber heute geht es um eine Galaxie aus einem anderen Galaxienhaufen. Es geht um Messier 85, hierbei handelt es sich um die nördlichste Galaxie des Virgo-Galaxienhaufens. Entdeckt wurde es im Jahre 1781 von Pierre McCain mit Schein, französischer Aussprache, tut weh, obwohl ich das bis zur 10. Schule hatte, aber okay. Und das Besondere ist, oder was ich an dieser Galaxie besonders finde, dass es trotz dieser enormen Entfernung von 50 Millionen Nichtjahren schon im Bereich 1781 entdeckt worden ist. Das ist auch der Grund, warum ich diese Galaxie jetzt im Video genommen habe. Diese Galaxie befindet sich im Sternbild Harte Berenike. Und es handelt sich um eine Galaxie, das Eigenschaften aufweist, dass einerseits die einer linsenförmigen Galaxie entsprechen, und andererseits die einer elliptischen Galaxie. Aber man vermutet bei Messier 85, dass diese Galaxie vor 4 bis 7 Milliarden Jahren mit einer anderen Galaxie verschmelzte. Das erkennt man an die etwas chaotisch wirkenden Schallenstrukturen, was der Sternverteilung angeht, weil das so ein bisschen alles so durcheinander ist. Das ist natürlich auch die Erklärung, warum es Eigenschaften von einer elliptischen Galaxie aufweist, da elliptische Galaxien meistens Galaxien sind, die davor mit einer anderen Galaxie verschmelzten, wie zum Beispiel in 3 Milliarden Jahren wird auch die Milchstraße mit der Andromeda-Galaxie kollidieren, und daraus wird auch eine elliptische Galaxie entstehen. Aber diese Galaxie hat auch noch ein paar andere Besonderheiten. Der Spiral-Galaxie, also eine Balkenspirale, NGC 4394, das Sie jetzt hier auf dem Bild sieht, scheint ein Begleiter von Messier 85 zu sein, also diese beiden Galaxien sind gravitativ aneinander gebunden. Und im Jahre 1960 wurde in dieser Messier 85-Galaxie die Supernova SN 1960-R entdeckt. Hierbei handelt es sich um eine thermonukleare Supernova. Eine thermonukleare Supernova unterscheidet sich von einer Kernkollaps-Supernova. Also eine Kernkollaps-Supernova ist eine Sternexplosion, ein massenreicher Stern. Am Ende seiner Brennphase einen Gravitationskollaps erleidet, also seine eigene Gravitation zusammenfällt und anschließend einen Neutronenstern ein schwarzes Loch hinterlässt. Aber bei einer thermonukleare Supernova ist es so, man hat im Sternensystem zum Beispiel einen roten Riesenstern und einen weißen Zwerg. Der rote Riesenstern ist ein aufgeblähter Stern, der am Ende seiner Brennphase befindet und er kommt zu dicht an den weißen Zwerg heran. Dadurch beginnt der weiße Zwerg, Materie von dem roten Riesen zu akkretieren, also aufzusaugen. Und dadurch wird der weiße Zwerg immer massiver, bekommt immer Masse und sobald 1,4 Sonnenmassen erreicht sind, das ist die sogenannte Kantrase-K-Grenze, kommt es zum Kollaps bei den meisten Zwergen und es explodiert als eine Supernova von Typ 1a, also eine thermonukleare Supernova. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.